Optimierung 4 Normalisierung der Texthöhen Mit Hilfe von Print2Cat können die Texthöhen in der konvertierten DWG- oder DXF-Datei normiert werden. Die Normierung erfolgt durch die Angabe der Höhenbereiche der Texte und Zuordnungen einer gemeinsamen Texthöhe zu einem dieser Bereiche. Als neue Texthöhen sollen immer die kleinsten Höhen eines Bereiches angegeben werden, damit die Texte nach der Konvertierung eher kleiner als größer werden, was den optischen Eindruck verbessert. Texthöhen automatisch optimieren Print2Cat berechnet 5 Texthöhenbereiche und ändert die Texthöhe in die mittlere Texthöhe aus jedem Bereich. Optimierung der Texthöhen nach der folgenden Tabelle In dieser Tabelle können die Texthöhe vom Benutzer definiert werden. Die Texthöhe ist in der Einheit aus der Konfiguration. In den USA ist es meist 1 Zoll und in Europa 1 Millimeter. Die neue Texthöhe sollte immer die kleinste Höhe des angegebenen Bereichs sein, um den Text nach der Umwandlung immer kleiner zu machen. Dadurch wird der optische Eindruck verbessert. Parameter Anwendungsbereich Die Texthöhe kann für alle Texte in der konvertierten Zeichnung erfolgen, für OCR-E-Kantetexte oder für die nativen PDF-Texte. Die Texthöhe Vielen Dank.